Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Session von Ghost Week in Wildlands. Endlich mal wieder. Ja, endlich. Mein PC war ja kaputt seit ein paar Monaten. Jetzt habe ich aber endlich einen neuen. Mein Motorrad. Das kann weitergehen. Übrigens machen wir das mit der Sicht jetzt jede Woche einfach abwechselnd oder jede Session. Ich weiß ja nicht, wie gängene Session jeweils geht. Muss genügen, weil... Muss, weil es halt zu viel Arbeit, ne? Ja, es ist halt zu viel Arbeit für zu wenig, wie auch immer. Es ist zu wenig, also das Arbeiten war halt, man musste halt alle kompletten Videos nochmal nachgucken, ne? Ja, das stimmt. Bald sehr viel Arbeit. Wie viel, wie lange hast du gerendert? Das ging eigentlich sogar. Also wie groß sind die Dateien am Ende bei dir immer gewesen ungefähr? Boah, gut, das ist, also, ich hätte es auch nicht mal mehr. Die waren auf jeden Fall nicht so groß. Also wenn, ich habe meistens direkt alle am Stück gerendert und das dauerte, keine Ahnung, für so acht Folgen ungefähr drei Stunden. Ja, ich brauche für acht Folgen ungefähr eine Stunde, aber das ist jetzt nicht das... Nee, eher zwei, weil wie auch weh, die Folgen sind halt extrem groß, deswegen brauche ich immer so lange zum Hochladen. Ja, die Dateien vom PC sind meistens immer größer als die von der Konsole. Ja. Aber da hast du ja auch höhere Auflösung etc. Okay, oder mehr FPS, oder was auch immer. Ähm, also, ich nehme auch gleichzeitig zumindest Bildmaterial, auch falls irgendwas ist oder so. Ja, genau. Dann habt ihr zumindest auch meine Sicht dann noch irgendwo. Irgendwie hätte ich schon gesehen. Irgendwie hätte ich schon gesehen. Ich will nicht gesehen werden. Oh. Das ist ein Haus, ne? Dann gehen wir mal ins Haus rein. Wir müssen uns aber wieder einspielen, würde ich sagen. Aber bei mir geht es mittlerweile direkt wieder. Ja, ich habe wirklich nicht geschafft. Aber das ist ein zweites Ziel da drüben. Und Dings. Ich könnte mir einen neuen Controller bestellen. Ich habe mal zwei Stück. Irgendwie ist der doof. Das ist kein originaler halt. Ich mach mal ne Aufklärung. Ich mach mal den... oder? Sollen wir die abknallen? Ah ja, natürlich, wir müssen. Wir müssen da ja rein. Ich mach den linken. Moment, lass mal. Erstmal den Scharfschützen erledigen. Es sind doch zwei. So. Erstmal Waffe wechseln. Ich mach den linken. Ich mach den, den ich markiert habe. Ich muss aber aufstehen dafür mit den anderen. Jetzt! Schieß! Das war genau. Weil ich was fast gesehen. Hat aber noch geklappt. So, nachladen. Eigentlich stimmt von hier oben schön schießen. Ja, das stimmt. Ah, hier sind Sachen. Einsammeln. Ah, ich frag mich wie lange das WoW Projekt wird. Keine Ahnung. Ich bin zur Zeit noch bei Neck dran. Knack. Ja, ich hab die ersten Folgen äh Fertig gemacht. Guck mal, ich stehe jetzt hochladen. Ich hab zu viel Assassin's Creed bei Singleplayer-Spielen in letzter Zeit gespielt. Ja, ich hab das privat weiter gespielt, weil ich wusste nicht... Was dumm war. Ach, warum? Kann ich ja nachholen. Und am PC sieht's eh geiler aus. Viel geiler. So, wir machen erstmal die am Eingang weg, ne? Wir wollen jetzt mal wirklich praktisch durchgehen. Ja. Markier mal, welche du meinst. Die beiden da. Da kommt nämlich noch einer dazu. Müssen wir aufpassen, wann wir schießen. Der ist schon erledigt. Warte, aber zwei. Trotzdem sind wir noch zwei. Warte, ich mach den dann mal weg. Welchen? Der zieht nämlich kein Schwein. Doch. Doch, der da. Ja. Sorry. Ich dachte, die wären beide an der... Aber der ist ja zurückgegangen, ne? Okay, das Gute ist, du bist nur entdeckt. Zumindest du bist gejagt. Ich noch nicht. Wird ja nicht schlimm. Dazu können wir eine Verstärkung rufen. Ja. Beide tot. Toll, ich hab grad ne Granate geworfen. Alter, komm grad ne neue. Komm, Kopf hoch. Ah. Da von der Seite, verdammt. Was ist? So, ich schieß, ich schieß auf den Toten. So, wir können langsam reingehen. Ich entdeckte. Ja. Entdeckte wir sowieso schon. Und ich hoffe, es ist nicht mal der Fehler mit diesem grummigen Sam Fischer da. Ja, ich glaub, das Event ist zu Ende, oder? Ja, und bei mir stand's, als ich es angemacht hab, hier ist Sam Fischer Copter Bolivien. Achso, okay, dann. Dann ist jetzt die Frage, machen wir DLCs oder nicht? Können wir am Ende entscheiden. Genau. Am Ende vom Spiel. Wo läuft der denn her? Ist er auf dem Dach da? Tango getroffen. Ich hoffe, mein P10 nimmt auch alles ordentlich auf. Also... Wie gesagt, zur Not hätten wir meiner Sicht noch. Ja, das Programm ist 19. Du bleibst draußen und guckst von oben. Ich geh hier und bin durch. Nein, P10 ist weg. Es sind ja nicht mehr viele. Und der Alarm geht nicht an. Tango getroffen. Ich glaub, die den Alarm gemacht hätten, sind schon tot. Hat er durchs Fenster, durch zwei Fenster geschossen. Nein, ich werde entdeckt. Nein, verdammt. Da kommt einer zu dir hoch. Wo? Der da. Der sieht mich. Lass mich in Ruhe. Okay. Ich würd ich um Dennis. Nicht mich an diesen. Ach, der? Ich hab den markiert extra. Äh, Patrouille ist informiert. Ja. Ja, du müsstest langsam runterkommen, ne? Ja, ich bin auf... Genau auf dem Weg. Ich kann da durch ein Dach mich sehen, oder? Ach, ich... Ich weiß nicht. Wo ist denn der Eingang? Oh, oh. Ich hab hier direkt zwei. Ich bin angeschossen! Ich bin da oben. Seid froh, dass das nicht der Schwierigkeitsgrad ist von damals. Ja. Was geht eigentlich? Also, ich glaub ich hab irgendeine Heildrohung, oder? Ja. Solange du die stirbst, dann ist gut. Jo, lebt wieder. Such den Eingang noch immer. Such die Gegner, die mich erschossen haben. Hier ist ein Eingang. Hinter dir! Ich lebe wieder, haha! Er lebt. Und beide sind tot. Kannst du zu mir rennen. Auf dem Weg. Du hast Spätschicht nächste Woche, ne? Ja. Dann auch wieder erst am Wochenende. Wobei ich am Samstag nicht kann, weil wir da meinen Geburtstag feiern. Ich muss Samstag arbeiten. Okay. Ich hab Donnerstag feiern, da hab ich Hummel 1. Mein letztes Rennen für die A-Liga. Oh Gott, ich werde so alt. Hast du die Ausrüstung? Ja. Das wollte ich schon immer. Nein, das wollte ich nicht schon, Amy. Will dich schon nur treffen. Danke sehr. Der Tango ist hin. Oh, da kommen sie. Nicht mit mir. Wieso schieß ich eigentlich schon in der Third Person? Und nicht in der First. Wiss ich nicht. Äh, wie wär's denn mal abhauen? Kann man machen. Hier runter. Ach, hier ist noch eine Kingslayer. Woah! Jetzt. Ich glaub ich komm da wieder hoch. Zweites Ziel da drüben. Krieg ich erst gesehen. Ich zähle 5. Ich glaub ich komm da wieder rein. Ja, sonst musst du außen rum kurz gehen. Nein, brauchst nicht. Ich bin drin. Wo ist die denn? Oder? Äh, hier. Hab's gesehen. Auf dem Dach. Okay. Ah! Auf dem Dach. Ja, ist oben halt. Scheint, oder? Ja. Ach ne, da, hier. Vorsicht, Gegner, ne? Fuck, 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 fuck. Ich komm nicht mehr. Weiß nicht, was ich für ne Drohne hab. Na, wo? Weiß ich nicht. Tötet ihr erstmal, oder? Danke. Das war knapp. Wollte ne Ablenkung machen. Das sind einfach zu viele. Von allen Seiten. Und da kann ich leider nicht töten. Granatwürfer! Ich muss schon wieder am Boden. Ich hab aber auch ne scheiße Stelle hier. Ich hab keine Deckung. Was ist denn? Jo. Jo. Wieder an der gleichen Stelle. Warte, ich springe da runter. Und war einfach Granatwerfer. Ja, aber das... ...endete nichts mit der Deckung. Alter. Schuferverstärkung. Ja, das ist ne gute Idee. Hä? Ich will die Drohne haben. Ach, der Healy ist wieder da. Genau, ich wollte den Healy heilen. Mhm. Nimm den Healy-Killer. Mit der Sniper. Ja, nebenschießen. Nebenschießen. Kann den Healy nicht mehr erwischen. Da haben wir denn ne Splittergranate. Den auch richtig werfen. Jetzt da. Gibt's auch nicht. Ich treffe den nicht. Scheiße. Komm mit mir. Da cool er raus. Christos. Das war der beste Granatenwurf meines Lebens. Christos. Mann. Healy. Bleib stehen. Erstmal nachladen. Ich weiß, dass ich die ganze Zeit da bezocken bin. Also so nebenher. Clicker Heroes. Clicker Heroes. Wird angeschossen. Ich krieg davon den Healy nicht gefütet. Warte, ich mach das schon. Die ist immer zu tief. Fuck. Du bist angeschossen. Nein, ich krieg den nicht. Jetzt muss ich nachladen. Toll. Oh, ja klar. Raketenwerfer. Nimm doch noch bessere Helis, ihr Penner. So was haben wir nie. Alter, ich treffe da. Ich treffe den eigentlich. Hä? Der hat Explosionen überlebt. Kannste stehen bleiben. Alter, ist unglaublich. Ich treffe den. Danke sehr. Das erinnert mich an den Video gehabt bei den Wischen. Ja. Ich renne da hoch. Zwei, zwei Sessions später. Ja, irgendwie so drei, vier Stunden oder so. Ich hab einen Boss geweiht. Ich hab das Dokument. Das war aber auch mit einer der schwersten, ne? Das war ja auch der Endboss. Das ist ja logisch. So, jetzt könnten wir abhauen. Ja, das schwimmen wir auch noch. Erst abhauen, dann den nächsten markieren. Jo. Hier ist ein Boot. Machen wir die Division 2, dann? Erst mal schauen. Erst mal gucken, wie wir weiterkommen, ne? Ja. Du musst ja auch noch lernen, ne? Unten. Was muss ich? Du musst ja auch bald lernen, ne? Kann ich da runterfahren? Oh, du kannst nicht fahren. Ich werd, ne. Ich würde immer fahren direkt. Na, sorry. Ist nicht schlimm. Ich weiß nicht, warum. Du warst bei mir drauf. Ja, aber ich hab mich nicht hingesetzt. Äh. Oh, um geht's hierher? Egal, ich bin weg. Äh. Ich glaub, ich ver... Alter, was ist hier los? Ja. Tschüss. Äh. Ja? Rot lenken? Will nicht. Ich markier mal. Äh. Wo sind wir denn? Grünen Dinger wollten wir nicht machen, oder? Äh. Ne, wir haben eigentlich genügend. Gut, dann kannst du am Fluss langfahren, da ist ein Stern. Muss genau in die andere Richtung. Ja, kann ich ja nichts für. Ich hol mir einen Heli. Ich hol mir einen Heli. Du hast nun... Du hast schon was. Ich hab nichts. Kann ich ja abholen. Genau. Wenn ich dir einen Heli erreiche. Ah, der ist auf der anderen Flussseite. Deswegen wollte ich eigentlich spawnen, um dich abzuholen. Weil ich hab keine Gegner an mir. Ach ja, man kann ja doch tauchen. Der ist dann so eine normale Kontakte. Ja. Also, du musst leise schwimmen. Hast du einen Heli? Auf den Weg. Das Ziel ist eigentlich, das Gebiet hier fertig zu machen. Und dann bei den... Ne, die nächsten haben wir jetzt, so gesehen, nur einsammeln. Und keine Missionen mehr. So. Und ich glaub, ich schau mal kurz. Die sind, glaub ich, auch gar nicht mehr so schwer. Okay. Null. Da ist gar kein Stern. Vor allem, weil kein Gegner da ist. Wir sind eigentlich mit am schwierigsten Feld. Medelluna. Oh, ne. So, uns fehlt dann noch... Eine Zubehörkiste. Und ne... Hä? Was denn? Eine Zubehörkiste gefunden. Und den Story-Einsatz. Hä? Was denn? So, ne. Ja, jetzt... Ich hab die Zubehörkiste gefunden. Das heißt, wir fliegen erst zum Bonus-Orden. Dann zur Kiste. Können dann die Missionen machen. Und dann müssen wir noch die zwei Kings-Eater dann irgendwo finden. Jo. Ah. Auf jeden Fall hab ich mal nachgeguckt, was wir alles machen könnten als Projekte. Hier nach. Ja. Wir haben so viele Spiele offen. Erstmal machen... Da werden wir keine Probleme mit haben, glaub ich. Genau. Wir haben ja, glaub ich, schon Spiele, die wir eigentlich schon haben, die wir machen wollten. Ja. Die wir mal angefangen haben, die wir aber beendet haben, erstmal. Ja, weil PC zu schlecht... Also, das heißt, so schlecht, aber nicht gut. Zum Beispiel, glaub ich, wollen wir erstmal wieder Borderlands machen, ne? Genau. Eins und zwei. Weil ich wollte das nicht umsonst gekauft haben. Aber ich hab damals schon gesehen. Ja. Landen sie... Bitte genau daneben. Den zweiten Teil muss ich mir aber auch noch bauen. Ja, der war ja damals im Angebot. Ich wollte ihn... Ich hab doch mal eine Minute gespielt. Der hört nicht teuer sein. Und den zweiten Teil gibt's ja auch noch, ne? Ah, steck raus. Abends Wasser. Ich muss da weg, Rebell. Sorry, aber... Woah! Alter! Ich hab schon drauf aufgepasst.